Das Evangelium nach Matthäus Kapitel 1 Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac. Isaac zeugte Jakob. Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Peres und Zerach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boaz mit der Rahab. Boaz zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abiyah. Abiyah zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotham. Jotham zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder. Um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Serubbabel. Serubbabel zeugte Abihut. Abihut zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Sadok. Sadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eliazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef, vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, »Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm dem Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und ergab ihm den Namen Jesus. Kapitel 2 Als Jesus geboren war, in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, »Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten.« Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, »In Bethlehem, in Judäa«, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, »Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.« Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre und schickte sie nach Bethlehem und sprach, »Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, daß auch ich komme und es anbete.« Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Mürre. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, »Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten. Und bleib dort, bis ich dir's sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen.« Er stand da auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich, bei Nacht, und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach, »Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben.« Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam ins Land Israel. Als er aber hörte, daß Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen, und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, »Er soll Nazorea heißen.« Kapitel 3 Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, »Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige.« Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Länden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzeer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, »Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiß gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Worfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Kapitel 4 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Als nun Jesus hörte, daß Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Als nun Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiter ging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien, und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Kapitel 5 Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist so nichts mehr nützer, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst dich töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürmt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so laß dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, daß gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, daß eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, daß eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, daß sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ihr habt weiter gehört, daß zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage euch, daß ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei Ja, Ja, Nein, Nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Ihr habt gehört, daß gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, daß ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, daß gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Kapitel 6 Habt Acht auf eure Frömmigkeit, daß ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausüben, posaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so laß deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer drein sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten unter Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nachdem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Kapitel 7 Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder Halt? Ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder, wenn er ihm bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihn hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweiß sagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schrift gelehrten. Kapitel 8 Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und zugleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Als aber Jesus nach Capernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er und zu einem anderen, komm her, so kommt er und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, daß dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Da ergriff er ihre Hand und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er hinüber ans andere Ufer zu fahren. Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so daß auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, daß ihm Wind und Meer gehorsam sind. Und er kam ans andere Ufer, in die Gegend der Gardarena. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, so daß niemand diese Straße gehen konnte. Und siehe, sie schrien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihn die bösen Geister und sprachen, willst du uns austreiben, so laß uns in die Herde Säue fahren. Und er sprach, fahrt aus. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und sie ersoffen im Wasser. Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten das alles und wie es den Besessenen ergangen war. Und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen und als sie ihn sahen, baten sie ihn, daß er ihr Gebiet verlasse. Kapitel 9 Da stieg er in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert Gott. Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wißt, daß der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, sehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Niemand fliegt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riß wird Ärger. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam einer von den Vorstehen der Gemeinde, fiel vor ihm nieder und sprach, »Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig.« Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluß hatte, trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sprach bei sich selbst, »Könnte ich nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund.« Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, »Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen.« Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Und als er in das Haus des Vorstehers kam und sah die Pfeifer und das Getümmel des Volkes sprach, »Er geht hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern es schläft.« Und sie verlachten ihn. Als aber das Volk hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der Hand. Da stand das Mädchen auf. Und diese Kunde erscholl durch dieses ganze Land. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien, »Ach, du Sohn Davids, erbarme dich unser!« Und als er heimkam, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, »Glaubt ihr, dass ich das tun kann?« Da sprachen sie zu ihm, »Ja, Herr!« Da berührte er ihre Augen und sprach, »Euch geschehe nach eurem Glauben!« Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus drohte ihnen und sprach, »Seht zu, dass es niemand erfahre!« Aber sie gingen hinaus und verbreiteten die Kunde von ihm in diesem ganzen Lande. Als diese nun hinausgegangen waren, siehe, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen. Als aber der böse Geist ausgetrieben war, redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich und sprach, »So etwas ist noch nie in Israel gesehen worden!« Aber die Pharisäer sprachen, »Er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten!« Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte ihn ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, »Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet.« Kapitel 10 Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, da sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese. Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Tepedeus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomeus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddeus, Simon Kanaaneus und Judas Iskariot, der Inferit. Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, »Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist, und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es, und wenn es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land der Sodomer und Gomorra wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen und man wird euch vor Stadthalter und Könige führen um meinetwillen ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt, denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Es wird aber und der Vater den Sohn und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, daß er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebub genannt? Wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Es ist nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinet Willen, der wird's finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Kapitel 11 Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine Zwölf Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, dass der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Sehe Tagen sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner der aber der kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Mit soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es gleicht den Kindern, die auf dem Markt sitzen und rufen den anderen zu, wir haben euch aufgespielt und ihr wolltet nicht tanzen, wir haben Klagelieder gesungen und ihr wolltet nicht weinen. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, so sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder, und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, wären solche Taten in Tyros und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan, doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Capernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinunter gestoßen werden, denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher ergehen am Tage des Gerichts fing Jesus an und sprach Ich preise dich Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kapitel 12 Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld am Sabbat und seine Jünger waren hungrig und fingen an Ähren aus zu raufen und zu essen. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm Gottes Haus ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die bei ihm waren essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch aber, hier ist größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich habe wohl Gefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge und sie hier da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt am Sabbat zu heilen? Damit sie ihn verklagen könnten. Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun. Da sprach er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, wie sie ihn umbrichten. Aber als Jesus das erfuhr, entwich er von dort, und eine große Menge folgte ihm, und er heilte sie alle, und gebot ihnen, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, und mein Geliebter, an dem meine Seele wohl gefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht werden auf seinen Namen hoffen. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm, und er heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah, und alles Volk entsetzte sich und fragte, ist dieser nicht Davids Sohn? Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie, er treibt die bösen Geister nicht anders aus, als durch Beelzebul ihren Obersten. Jesus erkannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins wird, kann nicht bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie kann dann sein Reich bestehen? Wenn ich aber die bösen Geister durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt? Erst dann kann er sein Haus berauben. Wer nicht mit und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben. Aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein, denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Es das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus einem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichts nutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jonah. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Niniveh werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jonah. Und siehe, hier ist mehr als Jonah. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde um Salomos Weisheit zu hören und siehe, hier ist mehr als Salomo. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt mit sich sieben andere Geister, die böser sind als er selbst und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin und es wird mit diesem Menschen hernach ärger, als es vorher war. So wird's auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder, denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder und Schwester und Mutter. Kapitel 13 An demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See, und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach, siehe, es ging ein Sämann auszusäen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und fraßens auf, einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte, als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges Einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Mit sehenden Augen sehen sie nicht. Und mit hörenden Ohren hören sie nicht, und sie verstehen es nicht. Aber selig sind eure Augen, daß sie sehen, und eure Ohren, daß sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt, zu sehen, was ihr seht, und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben's nicht gehört. Dann ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so daß die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis, sagte er ihnen. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk, und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt an. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt, die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt, und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähne klappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt. Wenn es aber voll ist, ziehen sie es heraus an das Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden, und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähne klappern sein. »Habt ihr das alles verstanden?« Sie antworteten, »Ja.« Da sprach er, »Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.« Und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, dass er davonging und kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sich entsetzten und fragten, »Woher hat dieser solche Weisheit und solche Taten? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher kommt ihm denn das alles?« Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, »Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause.« Und er tat dort nicht viele Zeichen wegen ihres Unglaubens. Kapitel 14 Zu der Zeit kam die Kunde von Jesus vor den Landesfürsten Herodes. Und er sprach zu seinen Leuten, »Das ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferstanden. Darum tut er solche Taten. Denn Herodes hatte Johannes ergriffen, gefesselt und in das Gefängnis geworfen, wegen der Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, »Es ist nicht recht, dass du sie hast.« Und er hätte ihn gern getötet, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Als aber Herodes seinen Geburtstag beging, da tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen. Das gefiel dem Herodes gut. Darum versprach er ihr mit einem Eid, er wolle ihr geben, was sie fordern würde. Und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie, »Gib mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers.« Und der König wurde traurig. Doch wegen des Eides und derer, die mit ihm zu Tische saßen, befahl er es ihr zu geben, und schickte hin und ließ Johannes im Gefängnis enthaupten. Und sein Haupt wurde hereingetragen auf einer Schale und dem Mädchen gegeben. Und sie brachte es ihrer Mutter. Da kamen seine Jünger und nahmen seinen Leichnam und begruben ihn. Und sie kamen und verkündeten das Jesus. Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg, in einem Boot, in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, »Die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen.« Aber Jesus sprach zu ihnen, »Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen.« Sie sprachen zu ihm, »Wir haben hier nichts als fünf Brote und zwei Fische.« Und er sprach, »Bringt sie mir her.« Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüber zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiel mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn, und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen ans Land in Genezareth. Und als die Leute an diesem Ort ihn erkannten, schickten sie Botschaft ringsum in das ganze Land und brachten alle Kranken zu ihm und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Kapitel 15 Da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und sprachen, »Warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen.« Er antwortete und sprach zu ihnen, »Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Satzungen willen?« Denn Gott hat geboten, du sollst Vater und Mutter ehren. Wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Aber ihr lehrt, wer zu Vater oder Mutter sagt, eine Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, der braucht seinen Vater nicht zu ehren. Damit habt ihr Gottes Gebot aufgehoben um eurer Satzungen willen. Ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweiß, sagt und gesprochen, dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind.« Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen, »Hört zu und begreift's. Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein.« Da traten seine Jünger zu ihm und fragten, »Weißt du auch, dass die Pharisäer an dem Wort Anstoß nahmen, als sie es hörten?« Aber er antwortete und sprach, »Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Lasst sie. Sie sind blinde, blinden Führer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube.« Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, »Deute uns dies Gleichnis.« Und Jesus sprach zu ihnen, »Seid denn auch ihr noch immer unverständlich?« Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, »Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt!« Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, »Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach!« Er antwortete aber und sprach, »Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.« Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, »Herr, hilf mir!« Aber er antwortete und sprach, »Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.« Sie sprach, »Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, »Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst.« Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Und Jesus ging von dort weiter und kam an das galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm, die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie, so dass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach, das Volk jammert mich, denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen und ich will sie nicht hungrig gehen lassen, damit sie nicht verschmachten auf dem Wege. Da sprachen seine Jünger zu ihm, woher sollen wir so viel Brot nehmen in der Wüste, um eine so große Menge zu sättigen? Und Jesus sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, sieben und ein paar Fische. Und er ließ das Volk sich auf die Erde lagern und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll. Und die gegessen hatten, waren viertausend Mann, ausgenommen Frauen und Kinder. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er ins Boot und kam in das Gebiet von Magadan. Kapitel 16 Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm. Die versuchten ihn und forderten ihn auf, sie ein Zeichen vom Himmel sehen zu lassen. Aber er antwortete und sprach, des Abends sprecht ihr, es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen, könnt ihr dann nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, doch soll ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jona? Und er ließ sie stehen und ging davon. Und als die Jünger ans andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer. Da dachten sie bei sich selbst und sprachen, das wird sein, dass wir kein Brot mitgenommen haben. Als das ich doch, dass ihr kein Brot habt, versteht ihr noch nicht? Denkt ihr nicht an die fünf Brote für die 5000 und wie viel körbevoll ihr da aufgesammelt habt? Auch nicht an die sieben Brote für die 4000 und wie viel körbevoll ihr da aufgesammelt habt? Wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe? Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer? Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzeer. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschen Sohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere du seist Elia, wieder andere du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch da gebot er seinen Jüngern niemandem zu sagen, daß er der Christus sei. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott, bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinet Willen, der wird's finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Kapitel 17 Und Nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes dessen Bruder und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus Herr, hier ist gut sein, willst du so wollen wir hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohl gefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinab gingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten zuerst müsse Elia kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia soll freilich kommen und alles zurecht bringen. Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch erdulden, bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn, und der böse Geist fuhr aus von ihm, und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten, warum konnten zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein. Als sie aber beieinander waren in Galiläa, sprach Jesus zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten, und am dritten Tag wird er auferstehen, und sie wurden sehr betrübt. Als sie nun nach Kaperna umkamen, traten zu Petrus, die den Tempelgroschen einnehmen, und sprachen, pflegt euer Meister nicht, den Tempelgroschen zu geben? Er sprach ja, und als er heimkam, kam ihm Jesus zuvor und fragte, was meinst du, Simon, von wem nehmen Kindern oder von den Fremden? Als er antwortete, von den Fremden, sprach Jesus zu ihm, so sind die Kinder frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See und wirf die Angel aus, und den zu der selben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er säuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Weh der Welt der Verführungen wegen! Es müssen ja Verführungen kommen, doch weh dem Menschen, der zum Abfall verführt! Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst ihm das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Was meint ihr, wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte? Lässt er nicht die neunundneunzig auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die neunundneunzig, die sich nicht verirrt haben. So ist auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte, und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach, Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was ich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Kapitel 19 Und es begab sich, als Jesus diese Reden vollendet hatte, daß er sich aufmachte aus Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordans. Und eine große Menge folgte ihm nach und er heilte sie dort. Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen Ist es erlaubt, daß sich ein Mann aus irgendeinem Grunde von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach Habt ihr nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da fragten sie, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Da sprachen seine Jünger zu ihm, steht die Sache eines Mannes mit seiner Frau so, dann ist es nicht gut zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, dies Wort fassen nicht alle, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn einige sind von Menschen zur Ehe unfähig gemacht und wieder andere haben sich selbst zur Ehe unfähig gemacht um des Himmelreichs willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. Aber Jesus sprach, lasst die Kinder und wehret ihnen nicht zu mir zu kommen. Denn solchen gehört und er legte die Hände auf sie und zog von dort weiter. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe was du hast und gibst den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen und weiter sage ich euch, es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als daß seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Kapitel Zwanzig Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen geht ihr auch hin in den Weinberg ich will euch geben was recht ist und sie gingen hin abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen was steht ihr den ganzen Tag müßig da sie sprachen zu ihm es hat uns niemand eingestellt er sprach zu ihnen geht ihr auch hin in den Weinberg als es nun Abend wurde sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten da kamen die um die elfte Stunde eingestellt waren und jeder empfing seinen Silbergruschen als aber seinen Silbergruschen und als sie den empfingen murrten sie gegen den Hausherren und sprachen diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet doch du hast sie uns gleich gestellt die wir des Tages Last und Hitze getragen haben er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen mein Freund ich tu dir nicht unrecht bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergruschen nimm was dein ist und geh ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir oder habe ich nicht Macht zu tun was ich will mit dem was mein ist siehst du schält rein weil ich so gütig bin so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die Zwölf Jünger beiseite und sprach zu ihnen siehe wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen und am dritten Tage wird er auferstehen da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten und er sprach zu ihr was willst du sie sprach zu ihm lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem reich einen zu deiner rechten und den anderen zu deiner linken zu einer Erlösung für viele. Und als sie von Jericho fortgingen, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege, und als sie hörten, daß Jesus vorüberging, schrien sie, »Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser!« Aber das Volk fuhr sie an, daß sie schweigen sollten. Doch sie schrien noch viel mehr, »Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser!« Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach, »Was wollt ihr, daß ich für euch tun soll?« Sie sprachen zu ihm, »Herr, daß unsere Augen aufgetan werden!« Und es jammerte Jesus, und er berührte ihre Augen, und sogleich wurden sie wieder sehend, und sie folgten ihm nach. Kapitel 21 Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, »Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. »Sagt der Tochter Zion, sehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lastiers.« Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, »Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe!« Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, »Wer ist der?« Die Menge aber sprach, »Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.« Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, »Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus.« Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, »Hosianna, dem Sohne Davids,« entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, »Hörst du auch, was diese sagen?« Jesus antwortete ihnen, »Ja.« »Habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet?« Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus, nach Bethanien, und blieb dort über Nacht. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn, und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, »Nun wachse auf dir niemals mehr Frucht!« Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, »Wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt?« Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, »Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, »Heb dich und wirf dich ins Meer,«, so wird's geschehen. »Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr's empfangen.« Und als er in den Tempel kam und lehrte, traten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und fragten, »Aus welcher Vollmacht tust du das, und wer hat dir diese Vollmacht gegeben?« Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, »Ich will euch auch eine Frage stellen. Wenn ihr mir die sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue.« Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie's bei sich selbst und sprachen, »Sagen wir, sie war vom Himmel,«, so wird er zu uns sagen, »Warum habt ihr ihm da nicht geglaubt?« Sagen wir aber, sie war von Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, »Wir wissen's nicht.« Da sprach er zu ihnen, »So sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue.« Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, »Mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg.« Er antwortete aber und sprach, »Nein, ich will nicht.« Danach reute es ihn, und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, »Ja, Herr« und ging nicht hin. »Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan?« Sie antworteten, »Der erste.« Jesus sprach zu ihnen, »Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es sahet, tatet ihr dennoch nicht Buße, sodass ihr ihm dann auch geglaubt hättet.« Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kälte darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte holten. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte, mehr als das erste Mal, und sie taten mit ihnen dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, »Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen.« Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, »Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen.« Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. »Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun?« Sie antworteten ihm, »Er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben.« Jesus sprach zu ihnen, »Habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Und als die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Kapitel 22 Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach, »Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete.« Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, »Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet, und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit!« Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, »Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren's nicht wert, darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet.« Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm, »Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an?« Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, »Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähne klappern sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.« Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten, und sandten zu ihm ihre Jünger, samt den Anhängern des Herodes, die sprachen, »Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes Recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du, ist's Recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt, oder nicht?« Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er, »Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze!« Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen, »Wessen Bild und Aufschrift ist das?« Sie sprachen zu ihm, »Des Kaisers!« Da sprach er zu ihnen, »So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!« Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon. An demselben Tage traten die Saluzäer zu ihm, die lehren, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen, »Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns sieben Brüder. Der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Desgleichen der Zweite und der Dritte bis zum siebenten. Zuletzt nach allen starb die Frau. Nun in der Auferstehung. Wessen Frau wird sie sein von diesen sieben? Sie haben sie ja alle gehabt.« Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, »Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Israaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden.« Und als das Volk das hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzean das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, »Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz?« Jesus aber antwortete ihm, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.« Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist demgleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus, »Was denkt ihr von dem Christus?« »Wessen Sohn ist er?« Sie antworteten, »David.« Da fragte er sie, »Wie kann ihn dann David durch den Geist Herr nennen, wenn er sagt, »Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege.« Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn?« Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage an, ihn hinfortzufragen. Kapitel 23 Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach, »Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen's zwar, tun's aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben's gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt, und wenn das geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Wehe euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht, wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist mehr, das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Oder, wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht, wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden, was ist mehr, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt? Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt? Und wer schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt? Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und laßt das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt! Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier! Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird! Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr! Von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt und sprecht, hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet haben. Wohlan, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otterngeburt, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Darum, siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen und einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an bis auf das Blut des Secharia, des Sohnes Berechias, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Wahrlich, ich sage euch, das alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Sehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Kapitel 24 Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens Willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das ließ, der merke auf, als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen, und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Hause, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum Anderen An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben so wisst ihr dass der Sommer nahe ist Ebenso auch wenn ihr das alles seht so wisst dass er nahe vor der Tür ist Wahrlich ich sage euch dieses Geschlecht wird nicht vergehen bis dies alles geschieht Himmel und Erde werden vergehen aber meine Worte werden nicht vergehen von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand auch die Engel im Himmel nicht auch der Sohn nicht sondern allein der Vater denn wie es in den Tagen Noas war so wird auch sein das Kommen des Menschen Sohns denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut sie aßen sie tranken sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag an dem Noah in die Arche hineinging und sie beachteten es nicht bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns dann werden zwei auf dem Felde sein der eine wird angenommen der andere wird preisgegeben zwei Frauen werden malen mit der Mühle die eine wird angenommen die andere wird preisgegeben darum wachet denn ihr wisst nicht an welchem Tag euer Herr kommt das sollt ihr aber wissen wenn ein Hausvater wüßte zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen darum seid auch ihr bereit denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde da ihr es nicht meint wer ist nun der treue und kluge Knecht den der Herr über seine Leute gesetzt hat zu essen gebe selig ist der Knecht den sein Herr wenn er kommt das tun sieht wahrlich ich sage euch er wird ihn über alle seine Güter setzen wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an seine Mitknechte zu schlagen isst und trinkt mit den Betrunkenen dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde die er nicht kennt und er wird in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern da wird sein Heulen und Zähne klappern Kapitel 25 Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug die törichten nahmen ihre Lampen aber sie nahmen kein Öl mit die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen als nun der Bräutigam lange ausblieb wurden sie alle schläfrig und schliefen ein um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen siehe der Bräutigam kommt geht hinaus ihm entgegen da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig die törichten aber sprachen zu den klugen gebt uns von eurem Öl denn unsere Lampen verlöschen da antworteten die klugen und sprachen nein sonst würde es für uns und euch nicht genug sein geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst und als sie hingingen zu kaufen kam der Bräutigam und die bereit waren gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen Herr Herr tu uns auf er antwortete aber und sprach wahrlich ich sage euch ich kenne euch nicht darum wachet denn ihr wisst weder Tag noch Stunde denn es ist wie mit einem Menschen der außer Landes ging er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an dem einen gab er fünf Zentner Silber dem anderen zwei dem dritten einen jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort sogleich ging der hin der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu ebenso gewann der der zwei Zentner empfangen hatte zwei weitere dazu der aber einen empfangen hatte ging hin grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen da trat er zu der fünf Zentner empfangen hatte und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach Herr du hast mir fünf Zentner anvertraut siehe da ich habe damit weitere fünf Zentner gewonnen da sprach sein Herr zu ihm recht so du tüchtiger und treuer Knecht du bist über wenigem treu gewesen ich will dich über viel setzen geh hinein zu deines Herrn Freude da trat auch Herr zu der zwei Zentner empfangen hatte und sprach Herr du hast mir zwei Zentner anvertraut siehe da ich habe damit zwei weitere gewonnen sein Herr sprach zu ihm recht so du tüchtiger und treuer Knecht du bist über wenigem treu gewesen ich will dich über viel setzen geh hinein zu deines Herrn Freude da trat auch Herr zu der einen Zentner empfangen hatte und sprach Herr ich wußte dass du ein harter Mann bist du erntest wo du nicht gesät hast und sammelst ein wo du nicht ausgestreut hast und ich fürchtete mich ging hin und verbarg seinen Zentner in der Erde siehe da hast du das deine sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm du böser und fauler Knecht wußtest du dass ich ernte wo ich nicht gesät habe und einsammle wo ich nicht ausgestreut habe dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen und wenn und gebt ihn dem der zehn Zentner hat denn wer da hat dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben wer aber nicht hat dem wird auch was er hat genommen werden und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus da wird sein Heulen und Zähne klappern wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm dann wird er sitzen Ehrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten kommt her ihr gesegneten meines Vaters ererbt das Reich das euch bereitet ist von Anbeginn in der Welt denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen dann werden ihm die gerechten antworten und sagen herr wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen und der König wird antworten und zu ihnen sagen wahrlich ich sage euch was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten brüdern das habt ihr mir getan dann wird er auch sagen zu denen zur linken geht weg von mir ihr verfluchten in das ewige feuer das bereitet ist dem teufel und seinen engeln denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben ich bin ein fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht dann werden sie ihm auch antworten und sagen herr wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als fremden oder nackt oder krank oder im was ihr nicht getan habt einem von diesen geringsten das habt ihr mir auch nicht getan und sie werden hingehen diese zur ewigen strafe aber die gerechten in das ewige leben Kapitel 26 und es begab sich als Jesus alle diese reden vollendet hatte dass er zu seinen Jüngern sprach ihr wisst dass in zwei Tagen Passa ist und der Menschensohn wird überantwortet werden daß er gekreuzigt werde da versammelten sich die hohen priester und die ältesten des volkes im palast des hohen priesters der hieß kaiphas und hielten Rat wie sie Jesus mit list ergreifen und töten könnten sie sprachen aber ja nicht bei dem fest damit es nicht einen aufruhr gebe im volk als nun Jesus in betanien war die hatte ein glas mit kostbarem salböl und goss es auf sein haupt als er zu tisch saß als das die jünger sahen wurden sie unwillig und sprachen wozu diese vergeudung es hätte teuer verkauft und das geld den armen gegeben werden können als Jesus das merkte sprach er zu ihnen was betrübt ihr die Frau sie hat ein gutes werk an mir getan denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch mich aber habt ihr nicht alle Zeit dass sie das Öl auf meinen Leib gegossen hat das hat sie für mein Begräbnis getan wahrlich ich sage euch wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis was sie getan hat da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Iskariot hin zu den hohen Priestern und sprach was wollt ihr mir geben ich will ihn euch verraten und sie boten ihm dreißig Silberlinge und von da an suchte er eine Gelegenheit dass er ihn verriete aber am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten wo willst du dass wir dir das Passalam zum Essen bereiten er sprach geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm der Meister lässt dir sagen meine Zeit ist nahe ich will bei dir das Passa feiern mit meinen Jüngern und die Jünger taten wie ihnen Jesus befohlen hatte und bereiteten das Passalam und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen und als sie aßen sprach er wahrlich ich sage euch einer unter euch wird mich verraten und sie wurden sehr betrübt und fingen an jeder einzeln ihn zu fragen Herr bin ich's er antwortete und sprach der die Hand mit mir in die Schüssel taucht der wird mich verraten der Menschensohn geht zwar dahin wie von ihm geschrieben steht doch weh dem Menschen durch den der Menschensohn verraten wird es wäre für diesen Menschen besser wenn er nie geboren wäre da antwortete Judas der Inferit und sprach bin ich's Rabbi er sprach zu ihm du sagst es als sie aber aßen nahm Jesus das Brot dankte und brachs und gab's den Jüngern und sprach nehmt esset das ist mein Leib und er nahm den Kelch und dankte gab ihnen den und sprach trinket alle daraus das ist mein Blut des Bundes das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden ich sage euch ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag an dem ich von Neuem davon trinken werde mit euch in meines Vaters Reich und als sie den Lob Gesang gesungen hatten gingen sie hinaus an den Ölberg da sprach Jesus zu ihnen in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir denn es steht geschrieben ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen wenn ich aber auferstanden bin will ich vor euch hingehen nach Galiläa Petrus aber antwortete und sprach zu ihm wenn sie auch alle Ärgernis nehmen so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir Jesus sprach zu ihm wahrlich ich sage dir in dieser Nacht ehe der Hahn kräht wirst du mich dreimal verleugnen Petrus sprach zu ihm und wenn ich mit dir sterben müßte will ich dich nicht verleugnen das gleiche sagten auch alle Jünger da kam Jesus mit ihm zu einem Garten der hieß Gethsemane und sprach zu den Jüngern setzt euch hier solange ich dorthin gehe und bete und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zepedäus und fing an sprach Jesus zu ihnen meine Seele ist betrübt bis an den Tod bleibt hier und wacht mit mir und er ging ein wenig weiter fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach mein Vater ist möglich so gehe dieser Kelch an mir vorüber doch nicht wie ich will sondern wie du willst und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen wachet und betet daß ihr nicht in Anfechtung fallt der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach zum zweiten Mal ging er wieder hin betete und sprach mein Vater ist es nicht möglich daß dieser Kelch an mir vorüber gehe ohne daß ich ihn trinke so geschehe dein wille und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten zum und redete dieselben Worte dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen ach wollt ihr weiter schlafen und ruhen sehe die Stunde ist daß der Menschen Sohn in die Hände der Sünder überantwortet wird steht auf lasst uns gehen sehe er ist da der mich verrät und als er noch redete sehe da kam Judas einer von den zwölfen und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt welchen ich küssen werde der ist den er greift und alsbald trat er zu Jesus und sprach sei gegrüßt Rabbi und küßte ihn Jesus aber sprach zu ihm mein Freund dazu bist du gekommen da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn und siehe einer von denen die bei Jesus waren streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen und hieb ihm ein Ohr ab da sprach Jesus zu ihm stecke dein Schwert an seinen Ort denn wer das Schwert nimmt der soll durchs Schwert umkommen oder meinst du ich könnte meinen Vater nicht bitten dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte wie würde dann aber die Schrift erfüllt dass es so geschehen muss zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt und ihr habt mich nicht ergriffen aber das ist alles geschehen damit erfüllt würden die Schriften der Propheten da verließen ihn alle Jünger und flohen die aber Jesus ergriffen hatten führten ihn zu dem Hohen Priester Kaiphas wo die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten Petrus aber folgte ihm von Ferne bis zum Palast des Hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten um zu sehen worauf es hinaus wollte die Hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus daß sie ihn töteten und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten fanden sie doch nichts zuletzt traten zwei herzu und sprachen er hat gesagt ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen und der Hohen Priester stand auf und sprach zu ihm antwortest du nichts auf das was diese gegen dich bezeugen aber Jesus schwieg still und der Hohen Priester sprach zu ihm ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott dass du bist der Sohn Gottes Jesus sprach zu ihm du sagst es doch sage ich euch von nun an werdet ihr sehen den Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach er hat Gott gelästert was bedürfen wir weiterer Zeugen sie jetzt habt ihr die Gottes Lästerung gehört was ist euer Urteil sie antworteten und sprachen er ist des Todes schuldig da spiehen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten einige aber schlugen ihm ins Angesicht und sprachen weiß sage uns Christus wer ist der dich schlug Petrus aber saß draußen im Hof da trat eine Magd zu ihm und sprach und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa er leugnete aber vor ihnen allen und sprach ich weiß nicht was du sagst als er aber hinaus ging in die Torhalle sah ihn eine andere und sprach zu denen die da waren dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth und und leugnete abermals und schwor dazu ich kenne den Menschen nicht und nach einer kleinen Weile traten hinzu die da standen und sprachen zu Petrus wahrhaftig du bist auch einer von denen denn deine Sprache verrät dich da fing er an sich zu verfluchen und zu schwören ich kenne den Menschen nicht und als bald krähte der Hahn da dachte Petrus an das Wort das Jesus zu ihm gesagt hatte ehe der Hahn kräht wirst du mich dreimal verleugnen und er ging hinaus und weinte bitterlich Kapitel 27 am Morgen aber fassten alle hohen Priester und die ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus ihn zu töten und sie banden ihn führten ihn ab und überantworteten ihn dem Stadthalter Pilatus als Judas der ihn verraten hatte sah dass er zum Tode verurteilt war reute es ihn und er brachte die dreißig Silberlinge den hohen Priestern und ältesten zurück und sprach ich habe unrecht getan dass ich unschuldiges Blut verraten habe sie aber sprachen was geht uns das an da sie du zu und er warf die Silberlinge in den Tempel ging nahmen die Silberlinge und sprachen es ist nicht recht dass wir sie in den Gotteskasten legen denn es ist Blutgeld sie beschlossen aber den Töpfer Acker davon zu kaufen zum Begräbnis für Fremde daher heißt dieser Acker Blut Acker bis auf den heutigen Tag da wurde erfüllt was gesagt ist durch den Propheten Jeremia der da spricht sie haben die dreißig Silberlinge genommen den Preis bei den Israeliten und sie haben das Geld für den Töpfer Acker gegeben wie mir der Herr befohlen hat Jesus aber stand vor dem Stadthalter und der Stadthalter fragte ihn und sprach bist du der König der Juden Jesus aber sprach du sagst es und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde antwortete er nichts da sprach Pilatus zu ihm hörst du nicht wie hart sie dich verklagen und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort so daß sich der Stadthalter sehr verwunderte zum Fest aber hatte der Stadthalter die Gewohnheit dem Volk einen Gefangenen loszugeben welchen sie wollten sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen der hieß Jesus Barabbas und als sie versammelt waren sprach Pilatus zu ihnen welchen wollt ihr wen soll ich euch losgeben Jesus Barabbas oder Jesus von dem gesagt wird er sei der Christus denn er wußte daß sie ihn aus Neid überantwortet hatten und als er auf dem Richterstuhl saß schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinet willen aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk das sie um Barabbas bitten Jesus aber umbringen sollten da fing der Stadthalter an und sprach zu ihnen welchen wollt ihr wen von beiden soll ich euch losgeben sie sprachen Barabbas Pilatus sprach zu ihnen was soll ich denn machen mit Jesus von dem gesagt wird er sei der Christus sie sprachen alle laß ihn kreuzigen er aber sagte was hat er denn böses getan sie schrien aber noch mehr laß ihn kreuzigen als aber Pilatus sah dass er nichts ausrichtete sondern das Getümmel immer größer wurde nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach ich bin unschuldig an seinem Blut seht ihr zu da antwortete das ganze Volk und sprach sein Blut komme über uns und unsere Kinder da gab er ihnen Barabbas los aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihnen dass er gekreuzigt werde da nahmen die Soldaten des Stadthalters Jesus mit sich in das Praetorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen gegrüßet seist du der Judenkönig und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt und als sie ihn verspottet hatten zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab um ihn zu kreuzigen und als sie hinaus gingen fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon den zwangen sie dass er ihm sein Kreuz trug und als sie an die Städte kamen mit Namen Golgotha das heißt Schädel Städte gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt und als er es schmeckte wollte er nicht trinken als sie ihn aber gekreuzigt hatten verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum und sie saßen da und bewachten ihn und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes dies ist Jesus der Judenkönig und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt einer zur rechten und einer zur linken die aber vorüber gingen lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen der du den Tempel in drei Tagen hilf dir selber wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz des gleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen ist er der König von Israel so steige er nun vom Kreuz herab dann wollen wir an ihn glauben er hat Gott vertraut der erlöse ihn nun wenn er gefallen an ihm hat denn er hat gesagt ich bin Gottes Sohn des gleichen schmähten ihn auch die Räuber die mit ihm gekreuzigt waren und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und um die neunte Stunde schrie Jesus laut Eli Eli Lama Asaptani das heißt mein Gott mein Gott warum hast du mich verlassen einige aber die da standen als sie das hörten sprachen sie der ruft nach Elia und sogleich lief einer von ihnen nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken die anderen aber sprachen halt laß sehen ob Elia komme und ihm helfe aber jesus schrie abermals laut und verschiet und siehe der vorhang im tempel zerriß in zwei stücke von oben an bis unten aus und die erde erbebte und die felsen zerrissen und die gräber taten sich auf und viele leiber der entschlafenen heiligen standen auf und gingen aus den gräbern nach seiner auferstehung und kamen in die heilige stadt und erschienen als aber der hauptmann und die mit ihm jesus bewachten das erdbeben sahen und was da geschah erschraken sie sehr und sprachen wahrlich dieser ist gottes sohn gewesen und es waren viele frauen da die von ferne zusahen die waren jesus aus galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient unter ihnen waren maria von magdala und maria die mutter des jakobus und josef und die mutter der söhne des terpedeus am abend aber kam ein reicher mann aus arimathea der hieß josef und war auch ein jünger jesu der ging zu pilatus und bat um den leib jesu da befahl pilatus man sollte ihm ihn geben und josef nahm den leib und wickelte ihn in ein reines leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues grab das er in einen felsen hatte hauen lassen und wälzte einen großen stein vor die tür des grabes und ging davon es waren aber dort maria von magdala und die andere maria die saßen dem grab gegenüber am nächsten tag der auf den rüsttag folgt kamen die hohen priester mit den pharisäern zu pilatus und sprachen herr wir haben daran gedacht dass dieser verführer sprach als er noch lebte ich will nach drei tagen auferstehen darum befiehl dass man das grab bewache bis zum dritten tag damit nicht seine jünger kommen und ihn stehlen und zum volk sagen er ist auferstanden von den toten und der letzte betrug ärger wird als der erste pilatus sprach zu ihnen da habt ihr die wache geht hin und bewacht es so gut ihr könnt sie gingen hin und sicherten das grab mit der wache und versiegelten den stein kapitel 28 als maria von magdala und die andere maria um nach dem grab zu sehen und siehe es geschah ein großes erdbeben denn der engel des herren kam vom himmel herab trat hinzu und wälzte den stein weg und setzte sich darauf seine gestalt war wie der blitz und sein gewand weiß wie der schnee die wachen aber erschraken aus furcht vor ihm und wurden als wären sprach zu den frauen fürchtet euch nicht ich weiß dass ihr jesus den gekreuzigten sucht er ist nicht hier er ist auferstanden wie er gesagt hat kommt her und seht die städte wo er gelegen hat und geht eilends hin und sagt seinen jüngern dass er auferstanden ist von den toten und siehe er wird vor euch hingehen nach galiläa dort werdet ihr ihn sehen siehe ich habe es euch gesagt und sie gingen eilends weg vom grab mit furcht und großer freude und liefen um es seinen jüngern zu verkündigen und siehe da begegnete ihnen jesus und sprach seid gegrüßt und sie traten zu ihm und umfassten seine füße und fielen vor ihm nieder da sprach jesus zu ihnen fürchtet euch nicht geht hin und verkündigt es meinen brüdern daß sie nach galiläa gehen dort werden sie mich sehen als sie aber hingingen siehe da kamen einige von der wache in die stadt und verkündeten den hohen priestern alles was geschehen war und sie kamen mit den ältesten zusammen hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen sagt seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen sie nahmen das Geld und Taten wie sie angewiesen waren und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg wohin Jesus sie beschieden hatte und als sie ihn sahen fielen sie vor ihm nieder einige aber zweifelten und Jesus trat dazu und sprach zu ihnen mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles was ich euch befohlen habe und siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende